Machenschaften! Ja, wir sind im Gebäude! Ach, ja, ne? Wie ein Uhrwerk muss das zusammenhalten. Wie ein Uhrwerk. Interessant. Jump. Jump. Ach, ist das schön. Sich drehende Plattformen. Müssen wir da drauf? Das geht so langsam runter. Und das reicht dafür nicht. Okay, das noch da. Hier hin. Springen. Und hier drauf. Ach, komm schon! Wieso hält der sich da nicht mal fest? So. Und dann können wir hier drauf. Sehr schön. Und dann kommen wir hier rüber, damit wir hier hinkommen. Ach, Gott. Ganz knapp. Hm, aber wie machen wir das jetzt? Das machen wir so. Und dort ist nur einer. Oha. Fast schon zu weit. So. Müssen einmal warten, damit wir uns... Dazu sage ich jetzt mal nichts. Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Aber hier, wir können uns die geile Uhr anschauen. Haha. Sehr nice. Okay. Kann die sich denn auch wieder... Ja, äh... Unverhofft kommt oft. Das war ja was. So, dann können wir schon... Ach komm schon, jetzt rutscht die! So, dann geht's hier drauf. Boah. So weit, so gut. Und dann? Ähm, weil höher komm ich... Ah, doch. Was zum? Hättest du die Güte, dich zu bewegen, Alice? Ach Gott schon. Meine Güte, Frauen können schon anstrengend sein. So. Speichern. Ich frag mich, ob das alles stehen bleibt, wenn ich jetzt die Uhr benutze. So. Ähm, das läuft sehr langsam hier. Och komm schon. Äh, lassen wir uns einmal durchdrehen. Durchdrehen, 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 durchdrehen. Wieso liegt da überhaupt Essenz? Ich mein, hier hab ich bisher jetzt noch gar keinen Schaden bekommen. Speichern. Bevor das wieder gleich nochmal alles so lange dauert. So. Das heißt, wir müssen uns hier umdrehen und dort oben dann drauf. Alles sehr schön. Können wir hier drauf. Und dann müssen wir dort wahrscheinlich in so eine der Speichen reinspringen. So. Und endlich. Ja, gut. Nächster Bereich. Hm. Ich frage mich, wie viele Bereiche das noch werten. Okay. Okay, wir müssen etwas warten. Okay. Wir müssen etwas warten. So. Ja. Das dauert und dauert. Und dann springen wir da drauf. So. Glücklicherweise kann man hier drauf stehen bleiben. Sonst müssten wir ständig uns bewegen, dass wir da nicht reingedrängt werden. Und ach, wir. Und ach, wir. Die. Ach. Gut. 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 Ich hab gedacht, wir müssen dort hinten irgendwo drauf. Dann hab ich das zu spät gesehen und hab gemerkt, dass dort die Sachen hochgehen. Hier. Am besten so mit den Laserpointern. Haha. So. Ah, was zum... Danke. So. Ist wie der heiße Draht. So. Springen wir mit gezielten Sprüngen dahin. Und bevor diese Plattform jetzt gleich meinen runterzufallen oder so. Ah, das bewegt sich. Okay. Interessant. Ha, das hat sogar noch gereicht. Hätte ich nicht gedacht. Klappt ja jetzt ganz gut. Ganz gut. Wir sind da drauf. Springen. Sprung. So. Nein. 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 Ach, shit. Wo waren wir? Da waren wir. Ach, shit. Okay. Wenn zu viel Steigung da ist, dann fällt man. Hoch. Hoch. Ach, shit. Gott. Ach, Gott schön. Bäh. Wie soll man? Das ging doch grad so gut. Ja, okay. War auch verdammt knapp, aber... Mh. Äh. 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 Hä? Ach, so. Ne, das will ich jetzt auch noch testen. Ist das hier auch so? Aha. Okay. Und hier auch, oder wie? Okay. Aber wir waren ja hier. Das Spiel kann... Oh, das sollte ich nicht vergessen. Oh, fuck. Dann muss ich doch hoch. Oh, wie tief geht das? Oh mein Gott, okay. Da kann ich mir richtig Zeit lassen. Ach, Gott schön. Ich mach mir das Leben selber so schwer. Was? Hä? Wieso dreht sich die Kamera auf einmal von selbst? Danke. Und dann? Ich muss über diese Apparatur, oder? Okay. Aber wie komm ich... Ähm... Oh. Oh mein Gott. Na spring doch, Alice. Hm. Alice war schon vom Kindesalter an immer ein Problemkind gewesen. Okay, wenn ich mich beeile, kriege ich das... Na... Hör auf mit dem Blö... Nein, jetzt springt die zu weit. Äh... Das... Boah. Boah. Die gibt mir hier ständig Herzkasper. Tschau. So. Was ist denn das dahinter? Ah. Okay. 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 So. crise. Vielen Dank.